Das sind die wichtigen sechs Tee in herrlichen Landschaften. Tanne, Torf, Heimat, Tee. Wir brauchen zuallererst einmal Ruhe im Tal. Ruhe, wenn es idyllisch werden soll und ein Auto oder ein Motorrad fährt vorbei oder ein Kind schreit nach seinem Spielzeug, dann kann man die Idylle schon gleich wieder vergessen. So aber schaut man von einem anschmiegsamen Platz aus in eine bevorzugt weite und freundliche Landschaft oder besser in ein majestätisches Tal. Solche Täler brauchen eine Vertikale, die sich gewaschen hat. Nur so nicken wir das ab. Dieses Aufragen darf nie alleine stehen. Hinter den sich auftürmenden Felsen muss sich eine zweite oder gar dritte Bergkette andeuten, die mit zunehmender Entfernung verblaut und Idealiter in noch höheren Gipfeln mündet. Einerlei, wo man nun genau steht. Ein paar Blumen im Umfeld sollten es sein. Der Jahreszeit gemäß. Nicht in Kübeln oder Streußen, aber pflegt im Aufblühen. So etwas kann nur auf Wiesen überzeugen. Möglichst nahe bei seltenen Laubbäumen sollten diese wachsen. Und jedes Gebäude dahinter hat nahe bei einem Bach zu stehen. Mindestens 100 Jahre alt zu sein. Aber in tagenlosem Zustand. Die Zeit der gezielten Ruinenbauten ist einfach vorüber. Da grät heute kein Hahn mehr danach. Äh, Tiere? Gerne. Aber nur im sinnvollen Rahmen eines dann und wann stattfindenden Zwitscherns oder Krähens. Alles, was nicht bei drei auf dem Baum sein kann, findet höchstens seinen Eingang in die Verköstigung des Restaurants, welches in angenehmer Spaziernähe zu finden ist. Aber außer Sicht. Der Geruch von Bratenfett soll den Landschaftsgenuss nicht unterminieren. Anderswo werden Holzkäfer ja vernichtet. Hier haben sie ihren eigenen Parkplatz. Losgehen kann es jetzt. Der Blick schweift über die umstehenden Hügel und Berge. Dazu steht man ebenfalls. Sitzen geht gar nicht. Und in der Stille eines umherschweifenden Blickes dulden wir vielleicht eine einzige arrivierte Droge. Zigarre bevorzugt. So steht der Gast also am Rande der Idylle und wartet auf leise, musikalische Untermalung. Jodeln. Es darf auch ein verhaltes Juchzen sein. Hauptsache vom Fernrohr. In der Nähe soll uns nur ein Schweigen empfangen. Die Idylle erträgt eine vorbeisummende Biene. Aber keine passierende Rentnergruppe mit schlechten Scherzen. Das hat der liebe Gott erschaffen. Ich weiß genau, was er dabei gesagt hat. Das baue ich jetzt. Das beschäftigt die Idioten erstmal eine Weile. Der hörbar idyllische Dialekt der Einheimischen ist in kurzen, knappen, einwürfen erwünscht. Wolkenloser Himmel? Ganz großes Kino. Am liebsten noch an einem Morgen. Sollte klar gehen. Wir wiederholen also. Sonnenmorgen, Kinder und Rentner aus dem Bild und Schnauze. Zigarre vor dem Bach im Biotop stehend. Dann lässt sich die majestätische Landschaft gut an. Weiche Landschaft geht auf. Sie muss aber gipfeln. Den Genuss einer richtigen Idylle arbeitet der Kenner ein bis zwei Vorabende lang durch. Er studiert eifrig in großen Bildbänden anerkannte Werke von Idyllenmalern. Wohlgemerkt nur Landschaftsidylle. Koch oder Friedrich. Turner nur mit ganz großen Abstrichen. Er hat sich auch noch einmal einen Heimatfilm fast bis zu Ende angesehen. Und dann ist er gerüstet und atmet frei im Anblick des Tatsächlichen durch. Er denkt dann nichts. Endlich. Endlich. Dann wundert er sich, dass er hier kein Wochenendhaus hat. Er ruft einen Makler an und lässt schon einmal Baugrund kaufen. Genau da, wo er das freie Feld genossen hat. Der Kenner zerstört seinen eigenen Genuss, indem er ihn mit einem Eigenheim samt Hypothek versieht. So geht das. Das Schlimme an so einer Idylle ist ja, nach Feierabend gibt es keinen schönen Ort, wo man sich hin zurückziehen kann, um mal durchzuhängen. Und dann ist er das. Und dann ist er wieder ein paar Tage. Und dann ist er, da ist er ein paar Tage. Und dann ist er, da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020